Hey Luis, wir brauchen für das Litsche irgendein Konzept. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Irgendwie glaube ich, wir brauchen irgendwas damit die Leute das Video wieder spektakulärer ist. Ja, Bullshit, Party-Bullshit, Party-Party-Bullshit und sowas. Das ist ein cooles Intro. Ja, machen wir Drohnenaufnahmen. So von Insel und Party und Insel und Boot. Drohnenaufnahme war geil. Das ist ein cooles Intro. Das ist ein Teufelskinder. Habt ihr Alkohol? Habt ihr Alkohol gefühlt? Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, schade. Was machst du, Alter? Wir fahren jetzt hier nicht zum KFC. Gibt es da ein KFC? Stopp, Alter! Gibt es da ein KFC? Ist hier ein KFC? Kentucky Fried Chicken. Hello, my friends. Gibt es da ein KFC? Nein. Keine Ahnung. Jetzt, wo ich wegfahre. Also, hier ist es nichts zu kommen. Egal, tschau. No, no, no. Das war, no, no, no. Die hat noch nie über den dritten Gang ausgeschalten. Obwohl es Fünfe gehabt hat. Schade. Eine Bootfahrt ist lustig. Eine Bootfahrt ist schön. Wir sind gerade in Grazien am Boot und haben ein mega geiles Wasser. Also, das ist wie auf den Mali Tiefen. Es ist herrlich. Es ist unglaublich traumhaft. In our head. This is where we all came from. The dreams we had. The love we shared. Super happy. Wie geht es die Waxinale? Von we're waiting. In our head. In our head. This is where. We all are. In our head. In our head. This is where. We all are. In our mind. In my head, this is where we all get from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for In my head, this is where we all get from Turn to the boombocks, I want to hear the tape Oh no, he can speak who the fuck out the way Turn to the boombocks, I want to hear the tape Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR